Ihr habt mir schon so gemacht, Kumpel Ihr habt uns ganz schön zugerechtet, was? Verdammt, du weißt wirklich nichts mehr. Ich bin Karl, Karl, dein Einkommenswagen. Dein bester Kumpel. Zumindest war ich das, bis überall mich in einen Einkommenswagen verwandelt. Jetzt müssen wir meinen Körper wiederkriegen. Oh, und dein Gehirn. Die haben etwa die Hälfte davon entfernt. Vielleicht auch mehr. Keine Sorge, ich bring dir alles Wichtige bei. Dafür hat man schließlich Freunde. Fangen wir mit den Grundlagen an. Du musst essen und trinken, um zu überleben. Das weißt du doch noch, oder? Wenn das so ist, warum verhungernst du und verdurstest du dann fast, äh? Essen, trinken und Bedürfnisse. Um zu überleben musst du deine Umgebung nach Essen trinken und schon durchsuchen. Das ist ja, Boom Simulator und willkommen zum Kanal, TTO. Das Spiel ist nicht lange herausgekommen erst und, äh, von denselben Entwicklern wie OneFinders und OneFinders war gut. Also mal schauen, ob das auch gute Dienste ist und wir müssen schon nach verdorbene, äh, Essen durchsuchen, weil die in Müll sind. Dann lass mal das machen, so. Nehmen wir den Deckel hier auch. Nichts nutzt, Vol. Get used to it. Try the other ones. Wer bist du denn überhaupt halt die Fresse? Äh? So, was ist hier? Ja. Wer bist du überhaupt, äh? 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 Lass mal weiter nach Essen suchen. So, wir sind heute... Da, da, ich werde es schon überleben. Keine Angst hier. Moin diese. Moin diese. Ja, nicht näher. Ah, ich kann hier nicht raus, ne? Nur noch ein. Okay, dann wollen wir das essen. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich hab Durst. Ja, jetzt nicht. Jetzt auch. Natürlich, bleib drin. Oh, moin diese. Hey, der ist verdorben, man. Ja, gut, dann esse ich halt einfach. Du solltest du deinen Hunger auf der Böde ein bisschen halten. Still, du solltest, wie du wirst von der Hydration sterben. Äh? Wo gehst du? Was? Schau dir nicht zuerst die Schrauben. Mit etwas Glück, du findest eine ganze Karte von Orangschweizen. Oh, nein, das ist so. Oh, nein, das ist so. Was ist das? Das brauche ich nicht. Schau, gut, gut. Du kannst es in mir und wir können es später verhören. Ja. Ja. Okay. Okay, holen gehst du. Was hier? Es passiert nichts, äh? Ah, eh, halten. Ja, 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 ja. Nichts, hä? Na, naja, ja. Na, naja, es scheint, dass hier nichts zu trinken ist. Ich glaube, das bedeutet, dass ich meine private Stache mit dir mit dir mit dir verhören muss. Ich verstehe. Ja, ich hatte es das ganze Zeit. Ja, ich weiß, dass ich nicht trinken oder essen kann in meinem aktuellen Staat. Nein, ich würde dich nicht sterben lassen. Nicht mich an mir wie das. Es ist jetzt alles dein, jetzt helfe dich. Ich muss dir jetzt verdoppeln, äh, verletzen, du meine diese hier. So, äh, eins nehmen. So, alles nehmen. Nehmen mal erstmal eins. Und dann trinken wir den. So. Okay, Kumpel. Wenn wir meinen Körper zurück haben wollen. Ja, und dein Gehirn. Dann brauchen wir spezielle Kräfte. Du bist der Meister der Tauben. Ja, dein Taubenstall ist aber kaputt. Ich werde, die Bugs haben die Vögel gestohlen, während Evil Way an uns experimentiert hat. Die Bugs, einer der beiden Banner Gangs, die die Stadt beherrschen. Wir sind die Creeps, die sind die Bugs. Und was machen wir mit Bugs, äh? Sie erledigen, natürlich. Oh, das ist gar nicht gut. Gehen wir. Ich habe einen Spion. Der weiß, wo wir deinen Kurs beherrschen finden. Okay. So, was steht denn? Stell dich hinter Kahl und integriere mit deinem Griff. Hier, was? Äh, M für Karte, ja. Äh, das ist ja schon wie GTA hier. Was ist los hier? Sieht wirklich aus wie, äh, map so grafisch mäßig so von Guita Weisitio oder San Andreas. So ähnlich, so vom Stil her, ne? So. Äh. Ah. Okay, okay. So, Markierung. Das ist wie unser Fahrzeug auch. Ich weiß nicht, äh, äh. Warte, was wollte ich sagen? Okay, das war einfach fun. Oh. Wir sind top-dachlos müssen. Überleben. Einfach nur ein Penner-Simulator. Einfach nur eine Form des Lebens. Wir Creeps würden niemals unsere Freunde ausbauen. Right, pal? Jetzt weiterholt! Okay, Bust gibt's auch sogar. Das ist wie Nitro. Wir holen schon ein Fahrzeug da ein, ja. Wir können hier einige Straßenrennen mit Einkaufswagen machen. Nichts mal fahre ich so zur Arbeit. Mit Einkaufswagen. So. Aua. Wo ist mein Taube? Das ist ja. Verfolgbare Aufgaben sind mit Buchstaben auf deine… Ehh. Gitter so, Gitter bisschen. Die 3. Versesgelerte Gegend um mit der Aufgabe zu beginnen. Okay, Hauptaufgaben sind mit einem C für Kyle markiert. Ja, Kyle. Dabei, Aufgabe. Da ist er! Hey, Käfergesicht! Pssst, bleib da drüben! Tu so, als würdest du woanders hinschauen. Werde ich hier auch tun. Praktisch zu können werden, ohne dass du ausflipst. Türble? Nichts! Kommen wir zum Geschäft! Ich brauche Infos! Ich weiß, weswegen du hier bist. Die ganze Stadt spricht von deinen Gestalten taub. Ich weiß, wo du einen davon findest, wird aber nicht will. Zehn Kräten. Verdammt, du bist ein gieriger Arsch, weißt du das? Ich bin ein Banner, kein Arsch. Und? Weißt du den Unterschied? Zehn Kräten. Na gut, ich wollte dir eh beibringen, wie man Leute belästigt, um an Geld zu kochen. Oh, jetzt können wir Geld verdienen oder was? Beobachtung für Geld ist in zwei Schritten. Erstens schreibst du ein Messer auf einer Karte, dann schraubst du deinen Glückwunsch vor ein paar Gesichtern. Je mehr Arbeit, die du in deinem Messer legst, je mehr Geld bekommst du. Du kannst deine Messer auf jeden Fall editieren. Du hast du deinen Glückwunsch, oder? So. Äh, drücke halt. Dabei machen wir einfach so. Ah, da. Oh, jetzt können wir was zeichnen. Hm, was zeichnen wir blöd. Äh. Und hier machen wir noch so ganz schick hier. D. 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 Oh. Plus. Steht für. Abonnieren. Mach diese. So, das nehmen wir. Gute diese. Mua, ich Geld. Diese, blä, gib diese. Äh. Äh. Das ist das. Du solltest dein Punkt herauskommen. Jetzt schraubst du deinen Kupf vor ein paar Gesichtern, um zu bemerken. Und Geld, wenn du dich schaust. Okay, hier. Mein Geld, dieser. Zeichnungsbearbeitung. Machen wir nicht hier. Mein Geld, dieser. Da war. Mein Geld. Siehst du, wie schnell das geht? So, so, so. Mein Geld. Hey, du. Mein Geld. Hey. Ich rede mit dir. Mein Geld. Siehst du, wie effektiv das ist? Ja, du. Nochmal. Mein Geld. Du. Du. Mein Geld. Hä? Mein Geld hab ich. Ja. Siehst du, der hat das aus dem ersten Blick nicht gesehen. So. Der hat aus dem ersten Blick. Hey, du. Siehst du, wie effektiv das ist? Mua ein Geld, dieser. So einfach geht das. Hey, du. Ich rede mit dir. Und da. Der nächste. Hier. 13. 13. Hier. Ey. So. Wirst du mich verarschen? Ey. Ey. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Nein. Nein. Ich will nicht. Ah. Nein, nein. Alles gut. So. Wir können hier. Ah. So. Warte. Gehen wir zur Seite. Ja. Ich komm zu. Mein Geld, dieser. Hab ich gesagt. Ja. Ja. Gib mein Geld, dieser. Hä? Mein Geld, dieser. Oh. Ey. Der hat mir Geld nicht gegeben. Ey. Chill mal. Ey. Mein Geld. Hup. Tak, tak, tak. Lieben, kriegt ihr mich nie. Das ist mein Geld. Ihr kriegt kein Geld von mir. Ja. Tja. Kommt ihr nicht hoch, oder was? Hä? Hä? Hehehehe. So. Ein Stand ist wirklich wie geteilt. So. Wo ist mein Geld? Oh. Zeitlupe im Effekt sogar auch noch. Guck mal. So. Machst du hier. Und ein bisschen Zeitlupe. Da. Ja, ja. Ist gut, Elisa. Ey, du. Poliz. Poliz. Ey. Mein Geld. Okay. Ich will nicht mit diesem. Okay. Okay. Ja. Ey. Ey. Gehto. Gehto. Wo ist 13? Wo ist 13? Wo ist der? Hä? Wo ist der? Da. Ich hab dir gesagt, das ist mein Geld. Hättest du mir einfach nur bisschen was gegeben, hä? Wo? Hättest du mir einfach nur bisschen was gegeben, blind. Komm her, Mann. Komm her. Wie kann ich die packen? So. So. Hättest du mir einfach was gegeben, ey. Ja. Jetzt mach doch zu, hier. Mach zu. Äh. Äh. Mann. Jetzt geh doch mal rein, hier. Wann war das letzte Mal, dass du gegessen hast? So. Passt. Hättest du mir einfach Geld gegeben, meine. So. Wollen wir weiter annehmen? Ja. Ja. Das behalten wir. Oh, diese. Äh. Äh. Gib Geld. Bitte. Geht doch. Das geschieht ja genauso wie 13. Unglückszahlen, ne? Geht doch. So. Der nächste. Du. Äh. 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 Was ist mit dir? Äh. Du wirst nicht sein, ja. Habe ich dich schon? Äh. 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 Kannst du mir noch was geben? Äh. Das war zu wenig. Was? No. Du darfst leben. Du darfst leben. Heute darfst du leben. Morgen gibst du das Doppelte. Du. Ja. Geh nicht weg. Ich rede mit dir. Äh. Geht doch. Du. Du. Äh. 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 Hau ja nicht ab. Äh. Da war Geld. Äh. Ich hab. Geld hab ich gesagt. Dankeschön. Was ist mit dir? Äh. So. Und du? Äh. 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 Du. Ich hab. Äh. Wie du einfach abhaust. Äh. Ich rede mit dir. Äh. 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 Ich hab Hunger. Hunger. Geil. Hunger. Ja so. Tak. Eins nehmen. Und essen. So. Annehmen. Ja. Alles gut. Hab ich dich schon? Hä? Anscheinend schon. So. Der nächste. Moin Auto diese. Boah. Na. Polis wollen die nicht geben. So. So. Gib Geld. Okay. Du. Dankeschön. So. Nur noch einmal. Und dann haben wir die 10. 10 Dollar. Nur wegen moin Schild dieser. Geld. Hey. Geld. Du das Leben. Du das Leben. Du das Leben. Was mit dir? Ja. Great work pal. Let's get back to that greedy ass line. Warte doch. Ah. Mhm. Wo is police? Bleib stehen du. Moin Geld dieser. Komm. Hör bleiben. Ich werde dir zeigen. Ich werde dir zeigen. Ich. Du hättest einfach auf mich gehört. Du Penner ey. Du hättest mir einfach bisschen klein Geld gegeben. Da wirst du jetzt. Äh. 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 Du bist so großartig. Ja. Äh. Das ist der einzige Vogel den du bekommst. Hehehe. Steh nicht nur rum. Zeig ihm doch auch ein Vogel. Wie mach ich das? Bitte. Dann noch mal. Hehehe. Du musst dich schon anstrengen. Nichts. Bein zu bissen. Oh. Soll dich anbissen. Okay. 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 Ja. Ja. Was ist los hier? Ha? Ha? Ja. Ja. Du wirst kämpfen, hä? Oh. Was ist das? Oh. Skillbomb. Ja. Und andere. Ha? Ha? Wie gefällt dir das? Ha? Ha? Okay. Meine Taube diese. Gib her. Im Moment ist der Kleider hier deine einzige Taube. Verwenden sinnvoll. Ja. Oder siehe. Meine Güte. Man darf heutzutage kein Geschlecht mehr voraussetzen. Nie will dem auch sein. Dein Vögelchen scheint schwächer als sonst zu sein. Wir sollten zur Taubenfrau gehen. Sie kann vielleicht ihm helfen. Okay. Gehen wir zum Taubenfrau. Miko. Ja. Mein Wagen. Ja. Sag wo du bist und gib uns deinen Pigeon zurück. Oder dieses freudige Ding geht. Tschüss. Tschüss. Ich werde dir helfen. Tag. 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 aloß. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her much lately though. I hope she didn't forget you. She can be a little weird sometimes. Well, most of the time actually. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need. Uh oh, I think they aren't the only ones paying for the pigeon lady. Shea, I can't believe she kicked us out. I'm sure she won't buy it. Where is the old man? It's you! How did you...? Never mind. Bugs, swarm him and take him out! Watch out! You want to fight or what? You want to fight? Hey, police, police, they want to fight. Hey, police, look. Hey, police, watch out. Hey, police, watch out. Police, watch out. If I get hit, I'll get hit. Oh, no, no, no. It's no scheißegal. A paar Päne prügeln sich gegenseitig. Warum? Don't worry. Ciao, 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 ciao. You're gonna regret that. But if you wanted to get hit, I would hate to see the person, I would like to see you. Hey, we've got to see you too. Why would I get hit? You would like to get shot. You're gonna regret it, huh? Hey, you're gonna regret it. Time to visit the pigeon lady. Tja, ja. Danke. So, wer wollte noch hier Stress haben? Ja, überfallen die ruhig. Ja, ist gut hier. Äh, kann man die eigentlich durchsuchen, oder? Oh, ja, ja, die sind jetzt frei. Oh, ey, der hat einen fetten mitgenommen. Einen ganz fetten. Ja, 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 man kann die aufheben. Nehmen wir mit hier. Gar, nimm den mit. Will den haben. Baren alle. Gar, komm. Lass ihn ja nicht fallen, dann verkauf ich noch. An Evil Way. Echt? Was ist eigentlich? Wieso hast du... Gar, wie sieht's aus? So ist Gedanke, guck mal. Körper ist doch nicht verkehrt. Vielleicht machen wir da nicht wieder rein, ne? Tja, da war ich. Geh nur, ich schiebe Wache. Falls mir ein Pax auftauchen. Okay. Außerdem, sie ist langweilig. Ich meine, viel zu esoterisch für meinen Geschmack. Okay, lass aber... Was ist mit dir? Du bist wirklich von Tauben besessen. Lass mich nicht mehr gesehen, Freund. Meine Tauben haben mir schon gesagt, was die lästigen Pax getan haben. Zeig mir mal deinen Vogel. Ah, wie traurig. Sie war mal so groß. Jetzt ist sie so klein. Ich meine, ihre Seele, sie ist klein und verängstigt. Das arme Ding hat sein Heim verloren. Wurde von seinem Meister getrennt, als Geisel genommen. Jedoch ist nicht alles verloren. Mit genug Ruhe und Pflege wird ihre Seele wieder groß und stark. Du musst deinen Taubenstall wieder aufbauen. Nur dann wirst du deinen Vogel, Vögel, zur alter Stärke zurückbringen können. Leider kann ich bei dieser Aufgabe nicht helfen, da sie Teile von Fähigkeiten verlangen, die ich nicht besitze. Meine geflügelten Freunde haben mir jedoch etwas von einem gewissen Entertainer und seinen Schrottplatz geflüstert. Er kann dir vielleicht helfen. Ich markiere dir auf der Karte, wo du ihn findest. Besuche mich bitte, wenn immer du Samen und Geschenke für deine kostbare Tiere benötigst. Geh nun, baue deinen Taubenstall. Dabei schicke ich meine Freunde auf die Suche nach deinen Vögeln. Kostenlos, der alten Zeiten wegen. Okay! So, du hast nicht zugewiesene Talente-Punkte. Drücke C, um Charakter-Minion-Skills zuzuweisen. Alles klar, so. Was brauchen wir überleben? Was ist das? Starke Herz erhöht maximale Gesundheit. Okay, so. Starke Lunge erhöht maximale Ausdauer. Okay. Eisenmange. Verbrauchsgegenstände stillen. Mehr Toast. Lunge. Okay. Hunger und Toast werden langsamer entleert. Okay. Ah. Das ist gut. Das ist gut. Das brauchen wir. Also, ich habe jetzt nicht mal auf mein Lebensbalken geachtet bei Kampf, aber es gilt dann erst, wenn wir was brauchen. Aber das ist gut. So. Erhört die Menge der Sachgute, die sehr schnell lernen. Das ist so, dass du in Gothic 3, wenn du das als erstes lernst, ey. So, da gibt es auch diese Fähigkeit schnelles Lernen. Wenn du das von Anfang, egal. Ich muss nicht von Gothic jetzt reden, sorry. Aber da gibt es auch diese Fähigkeiten, wenn du von Anfang an denn einfach lernst, da kriegst du einen Erfahrungspunkt mehr. So, bei Level Up kriegst du mal 10 und mit der Fähigkeit kriegst du 11. Und im Late Game, da sind 80 Erfahrungspunkte, äh, Lernpunkte meine ich. So, 10, nicht Erfahrungspunkte, äh, Lernpunkte so. Kriegst du mal 10 und mit einem schnellen Lernen kriegst du 11. Und da sind im Late Game wirklich 80 Lernpunkte geschenkt. So. Vergrößert Karls Inventar. Auch nicht schlecht, erhört, ist nicht so wichtig, denke ich mal. Ressourcen, äh, ich würde sagen, wir lassen das erst mal. Und gucken halt, was wir dann später dazu brauchen. So, hast du einen Typen da noch? Gute. Davai, ciao, hau rein. So. Äh, wo ist C? Da ist C. Pagnale. So. Hier hat natürlich eine Fette lieber mitgenommen, ja. So, damit ich jedem zeigen kann, was ich draufhaube. Nur ich kann solche Typen vernichten. Ich bin schneller als du, verschwinde meine Straße dieser. Komm, entzündet mich. Und du wirst du wunderschönlich geworben. Ui, sorry. Ui, Tücher. Achso, das sind ein paar Straßen. Ui, sorry, sorry, sorry. Ich hab meinen Führerschein gekauft. So, lass mal ein bisschen abkürzen hier. Aua, was geht? Was bist du für ein Clown? Du Clown. Was willst du, kurzbracken? Ich soll kostenlose Materialen locker machen? Der Cello hat gleich was anderes am Haken. Das kannst du dir abhaken. Frag doch meine Konkurrenz, ob dir sie dir was schenken können. Sie können es sich leisten. Diese Arschlöcher haben mir alle Urkunden weggenommen. Die sind vertrauenswürdiger, viel professioneller. Und keine psychisch stabilen Clowns mit einem Haken an der Heidehahn. Idioten, bei mir bekommst du mehr für deine Kohle. Mein Kram ist brandheiß. Jetzt verzieht dich mit deinen dämlichen Einkaufswagen und richte ihn aus, dass ich einfach so nicht aufgehe. Warte, tut mir leid, ich bin in letzter Zeit leicht reizbar. Mein Psychiater sagt, ich soll dankbarer für das sein, was ich habe. Ich versuch's, aber es ist nicht leicht, wenn jemand versucht, deinen Habbold gut zu zerstören. Wer wär's mit deinem Deal? Du lieferst ein kleines Paket aus und ich geb dir was umsass. Was sagst du? Ja prima, hier ist ein kleines Dankeschön für meine Konkurrenz. Ich hab's an deinen Einkaufswagen befestigt. Liefere es an der Stelle ab, die ich auf der Kartenmakette habe, bevor der Timer abläuft. Wir treffen uns bei dir, nachdem du das Paket abgeliefert hast. Wir glücklich und ich hoffe, du machst Feuerwerk. Wegen der Leiche, das ist ne Bombe, wie es aussieht. Wegen der Leiche kann ich da nicht sehen. So, wohin, 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 schnell, schnell, schnell. Lauf, gib Gas. Karl, gib Gas. Mach Turbo. Eingang, G0, Fmax. Wo wir hin müssen. Da, da. Ich weiß, wo wir hin müssen. Er hat keine Aussage. Wobei. Wo ist Timer überhaupt? Ich sehe Timer wegen Lächeln nicht. Ey, das ist bestimmt mal ne Bombe. Ich denke mal, mal schauen, wann wir explodieren. Warum auch nicht. Du musst was essen. Ja, ja, ich muss jetzt ums Überleben kämpfen. So, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Gib Gas, diese... Wo müssen wir hin? Ah, okay, bist du... Okay, 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 okay. Ja, ja. Ich hoffe, wir sind bei dem... Da hätten wir vielleicht Geschwindigkeitskillen müssen. Ey, wieso hab ich die Leiche überhaupt mitgenommen? Kannst du mir das erklären? Ich sehe da gar nichts. Es tickt schneller. Ja, ja. Zur Seite, ich hab ne Bombe. Du kannst mir zumindest so viel erzählen, aber ich kann... Uh. Upsala. Es war ein fucking Bombe. Kürte diesen Balloon, fucker. Never trust the clown. Never. Habt ihr gesagt, dass die Ballonen... Lass uns blöden. Ich sag auch, wir trauen niemals einen Clown, weil... Okay, lass mal abhauen. Die Polizisten fanden diese Aktion von uns gar nicht so nett. Das war nur ein Geschenk. Was wollen die? Bisschen Feuerwerkskörper drinnen. Ist doch nicht schlimm hier. Ähm. Wo könnten wir abhauen? So. Hä. Ich hab Schlägerei gehört. Aber die sind so dämlich. Die haben uns jetzt schon verloren. Geh wir hier rein. Das war's? Das war's? Das war's? Das war's? Yeah. Weil ich das gemacht habe, ne? So, ich, nur ich kann das. Ähm. Ja, zum C? Ja, zum C. Lass mal zum C. Da sind doch solche Nebenquests anscheinend hier wie R oder... Hier ist ne Baustelle. Lass mal durch, ja. Ich kenn keine Baustelle. Ich seh gar nichts wegen dieser Leiche da. Irgend diese Typen da. Ich... Ah, keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich gleich loswerden. Da wirklich... Tut wirklich mich... Jetzt irgendwie stehen. Ja. Kannst du nicht sehen, dass ich hier fahre? Dann noch ein. Meine Straße, diese... Was guckst du? Gib Geld. Zur Seite. Wund. So. Naja, und das ist unser Versteck hier. Was geht, Bruder? Du. Das war boom-bastisch. Es ist Zeit für mich, um meinen Teil des Parkes zu erfüllen. Ich installiere Recyclingbots in deiner Basis. Mal sehen, wie es funktioniert. Ich schreibe was da drin, und ich werde es recyceln und verbreite dir mit rohen, pilder Materie. Ah, okay. Ui. Ich muss das bisschen... Bisschen alles umstellen. Und da war er. Mach mir. Gute diese. Oh, das ist ein bisschen langer. Mein Schrode, diese. Mein Schrode, diese. Ja, Kale, ich muss das mit. Kale. Blin, mein Schrode. Oh, ha, ha. Äh, okay. So. Was? Ah, okay. Machen wir das hier. Ah, bewahren. Ah, so, 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 so. Ja, 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 ja. Schrei mich nicht an, ich habe es verstanden. Was ist denn? Du kannst... Warte, warte. Gib her. Ah, Mann. Das ist hier. So, bewahre alle Gegenstände in Kale auf. Ja, habe ich da. Oder das hier. Kannst du Material verwenden, die du entweder in Kale oder in der Truhe deine Basis aufhebst. Ah, Mann. Ah, jetzt geht's. Hahaha. Ich muss was essen. Kale. Kale, ich muss was essen. So, gib diese. Das müssen wir auf jeden Fall killen, ja. Brauchen. Nicht zweimal. Oh, tschüss. Ah, Mann. Jetzt habe ich aus, dass ich zweimal geklickt. So. Okay. Und hier rein. So. So. Okay. Okay. Baumodus. Okay, wir können uns was bauen. Drücke. Hab ich doch keine Zeit? Während du im... Ah, wir sind... Ah, so. Ah, ah. Das ist ein bisschen... Okay. So. Wo ist... Fähigkeiten? Nein, das nicht. Äh, wir machen das zurück hier. So. Da. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Erstellungstisch. Das brauchen wir, ja. Machen wir den... Machen wir den... Machen wir den hier. Okay, integrieren damit. Okay, machen wir. Was soll ich machen? Stell ein einfaches Reparatur-Set. Ah, so, so. Ja, ja, verstanden, verstanden. Einfaches Reparatur-Set. Da ist es. Ja, Mann. Hier, hier stellen diese. So. So. Okay, hier stellen wir einen Automatischen Kaffer-Schrömm. Okay. Ah, okay. Gib mir das. Einstimm. Boa! Zeit für mich zu blühen. Remember, dass du kannst mein Platz kaufen kaufen, um zu kaufen rarer Materialien. Ich könnte sogar noch etwas geben, um ein bisschen mehr zu geben. Oder... Geben die Beleidungen. Ja. Oh, wow. Ja. 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 Oh, wow. Nein, wir machen das nicht sofort, Kar. So, was? Du hast nicht zugewiesen. Ja, habe ich nicht. Ja, apropos, da. Ich denke mal, das wäre erstmal ein langsamer Stoffwechsel. Hunger und Durstleisten werden langsamer entleert. Ich denke mal, das wäre erstmal sinnvoll. Deshalb, wie viele Punkte haben wir denn überhaupt? Talentpunkte 2, Stufe 3 sind wir. Lass mal das hier kaufen. Und dann gute diese. So, und dann gucken wir mal. Hier gibt es noch so viel zu verteilen. Gucken wir dann später, was wir brauchen. Was ist hier? Okay. Straßenleben und okay. Karte. Diese. So. Kleine Map. Hier ist der Clown. Hier ist... Keine Ahnung, müssen wir gucken, was da ist. Gucken wir auch das nächste Mal. Okay. Und ja. Das war es auch schon an sich. Ja. Scheint erstmal anfangs lustig zu sein. Mal schauen. Das... War. Ah... Ah. Ha, ha, ha. So. Walden, ja? So. Ok. So, das ist anscheinend unser Bett hier. Einfaches Bett. Ich denke mal, machen wir erstmal bis hierhin. Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und so weiter. Karoche bleibt gesund. Ciao. Haut rein. Das ist mein Leben.